So Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Video von BruckTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar tanzen bei Rainbows, Rainhills, Beachbuzz und Lake Canoe. Der Rainbow Rainhills ist einmal in der Nähe von Holy Hecht. Wir fliegen einmal hier unten zum Strand. Das ist der Rainbow Rainhills, wo wir einmal darauf tanzen. Einfach hinfliegen müssen einmal und tanzen müssen. Einmal hier drauf landen, einfach irgendwo hier oder unten am Strand und einfach irgendwas tanzen. Machen wir mal Verräter hier und das war's. Der nächste Location ist einmal in Simi Stax. Wir fliegen einmal hier hin und zwar, einmal gucken hier, einmal so zack, einmal fliegen hier. Und zwar ist da die Simi Stax und wir müssen einmal hier hin, zwischen den beiden Bergen hier. Das ist also ein kleiner Minifluss noch hier und da unten ist der Beachbus, den wir mal besuchen müssen. Das heißt, besuchen, einmal tanzen. Ganz wichtig, also tanzen, nicht besuchen, sondern tanzen auf jeden Fall. Ganz zuhör, Leute, also nicht besuchen, tanzen, okay? Das heißt, einmal hier drauf landen und irgendeinen Dance tanzen. Dann geht's zur letzten Location. Die wäre einmal in Dirty Dogs. Hier ist ein kleiner Hügel, aber müssen auf der Insel hier landen. Da gibt es nämlich zwei Kanus und da müssen wir einmal drauf landen und vor denen tanzen. Und das war's auch schon gewesen. Wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, einen kostenlosen Abo da. Ich würde mich sehr freuen, Leute, würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer ProKetteV. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao.